Berlin, Tag, Nacht, so reagiert Fabrizio auf J.J. Das ist eine echte Überraschung. Julia Jasmin Rühler alias J.J. kehrt zu Berlin, Tag, Nacht, zurück. Erst kürzlich kehrte auch Fabrizio in die WG zurück, doch wie reagiert er in der Serie darauf? Dass er wieder auf seiner Ex trifft? Die Rückholaktion geht weiter, nachdem Fernando de la Vega alias Fabrizio wieder bei Berlin, Tag, Nacht, zu sehen ist. Kehren auch bald Falko Ochsenknecht alias Ole, Randi Fram alias Theosevisina Mino alias Caro in die Serie zurück. Doch mit Julia Jasmin Rühler kommt es zu einem weiteren Comeback. Sie wird wieder als J.J. in der Serie zu sehen sein. Damals waren Fabrizio und J.J. in der Serie zusammen minus. Zwischen den beiden knallte es aber auch immer wieder heftig. Fabrizio ist geschockt. Bei Berlin, Tag, Nacht steht plötzlich J.J. vor der Tür. Fabrizio ist völlig fassungslos, dass er wieder auf seine Ex trifft. Eigentlich hat er mit dem Kapitel abgeschlossen. Er ist überfordert, denn sofort kommen negative Gefühle in ihm hoch. Wegen ihres Abgangs damals macht Fabrizio ja bittere Vorwürfe. Fabrizio ist frustriert und lässt seine Wut an seine Kollegen ab. Doch noch ahnt er nicht, dass J.J. wieder in der WG einziehen wird, das bringt dann das Fass endgültig zum Überlaufen. Den Einzug will Fabrizio mit jedem Mittel verhindern. Es knallt zwischen Fabrizio und J.J. Fabrizio stellt auch klar, dass ihm J.J. nichts mehr bedeutet, die beiden zoffen sich am laufenden Band. Doch als sie dann von ihrem Freund schwärmt, rastet Fabrizio völlig auf, er hat seine Eifersucht nicht unter Kontrolle. Doch als Baggi begeistert von der Bar von J.J. berichtet, geraten die beiden kurze Zeit später erneut aneinander. Dann will er mit Ole der Szene-Location einen Besuch abstatten und werden dort von J.J. überrascht. Die Fronten sind verheert, eskaliert die Situation zwischen Fabrizio und J.J. komplett? Oder feiern die beiden vielleicht sogar doch ein liebes Comeback? Das zeigt RTL 2 in den Folgen von Berlin, Tag Nacht ab dem 15. Juni 2020 um 19 Uhr. Schon gelesen? Berlin, Tag Nacht, J.J. taucht in der WG auf.